So, heute aus dem Okidoki Kinderland in Langenfeld. Wir haben Montag, es ist normalerweise Schule, die Kleine hat heute einen pädagogischen Tag und so sind wir mit einer Schulkameradin hier und die haben den ganzen Bereich für sich alleine und ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Die Maske durfte ich abziehen, weil wir sind tatsächlich noch total alleine hier und wenn gleich jemand kommt, dann zieht es wieder hoch. Also ihr habt hier einen Hochsaalgarten, ihr habt sehr viele Bereiche, Kleinkinderbereich, auch einen Bereich, wo es etwas zu essen gibt und von daher, ich zeige euch das mal im Folgen. Musik 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 Das war's für heute. Musik Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.